Eine kleine Geschichte mit dem Wachstum. Also das Wachstumsmodell, da sagt mir die Experten, wir müssen wachsen. Wenigstens so wie unsere Ohren, die wachsen ja alles Leben lang mit. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich lasse mal die Ohren wachsen. Weil zwei Prozent im Jahr, manche sagen Minimum, andere sagen 6,5 Prozent, die FDP. Und der Josef Ackermann sagt ja 25 Prozent. Lassen wir meine Ohren wachsen, dann treffen wir uns in 40 Jahren hier mit. Bei zwei Prozent Wachstum hätte ich in 40 Jahren Ohren in einer Länge von 28,6 Zentimeter. Macht doch was her. Da wäre schon eine Attraktion mit den Ohren. Wir haben das auch schon gesehen. Bei sechs und ein halb Prozent wären meine Ohren in einer Länge von 1,29 Meter. Da geh ich nochmal an die Wille Heiler. Und jetzt, wenn man warte, der Ackermann sagt, in 40 Jahren hier auf der Bühne. Weil der könnte nur halb so viele Leute reinwählen, dann seid ihr oben auch. Der hätte nur einen Ohren in einer Länge von 851 Metern.